Zerf for Spice Talks hier. Neue Fortbyte Herausforderung. Fortbyte Nummer 20. Und warum begrüße ich euch jetzt hier oben? Die Quest lautet, zu finden innerhalb der ersten drei Sturmkreise in der Mitte der Sturmaugen. Das heißt, hier klaucht jetzt gleich der erste Sturmkreis auf, wo man hin muss. Und da genau in der Mitte von diesem Sturmkreis, da taucht der Fortbyte auf. Das heißt, es ist immer ganz verschieden. Es ist für die Leute komplett verschieden. Für mich ist jetzt der dann gleich wo die Zone auftaucht. Für euch kann die Zone, wenn bei mir jetzt die Zone hier auftaucht, okay, jetzt taucht es hier auf, dann markiere ich euch ungefähr die Mitte. Keine Ahnung, ich habe Probleme mit mitten. Auf jeden Fall hier. Ja, ich schätze mal circa hier. Gehen wir mal da hin. Genau, markiert ihr euch die Mitte, da fliegt ihr dann hin. Jetzt muss ich mal schauen. Also eins, zwei, drei. Und unten sind es vier. Dann heißt es, es ist irgendwo hier noch weiter. Echtiger. Eins, zwei, drei. Ein, halber, zwei. Das ist ganz eklig irgendwie, weiß ich nicht. Hier vielleicht irgendwo. Also irgendwo hier auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall in der Mitte des Sturmkreises hieß es. Und das kann in den ersten Reiz holen. Also das ist jetzt die erste. Und in der zweiten und dritten, falls ihr es jetzt verpennt, könnt ihr es auch noch holen. Ah ja, da unten ist er tatsächlich. Hier, das ist scheinbar dann die Mitte. Genau, hier ist circa die Mitte. Von diesem Sturmkreis. Und warum ich jetzt so spät bin, ja, ich habe der Fort... Hier, der Apex-Grind ist real. Ich zocke aktuell ein bisschen Apex. Ähm, ein bisschen mehr. Und ja, da kam ich jetzt nicht aus der Runde raus. So, hier ist auch der Blitz. Zu finden in dem Zentrum der ersten drei Sturmaugen. Hier habe ich ihn jetzt eingesammelt. Wenn es euch geholfen hat, lasst ein Like da. Schaut in der Beschreibung vorbei. Da ist der Link zu unserem Instagram. Und ciao. Ciao.